ARD Text im Auftrag von Funk Hast du hier grad Fleisch hingeworfen? Nee. Null. Alter, wird dieser Villager einfach mal auf den Weg? Auf der Werkstatt. Soll ich mal... Soll ich mal die Bücherredale hier? Was soll ich grad machen? Deswegen hab ich bei mir Platz gemacht. Alter, ich war grad grad dabei. Null. Das war grad auch deswegen mein Vorhaben, während du da... ...deine Sachen gebraten hast im Ofen, da hab ich so gedacht, mach ich erstmal Platz und... ...und... ...wenn manche die Bücherregale, aber ich hab nur 16, das kann nicht sein. Das heißt, du hast zwei Bücher aufgesammelt. Ja, ich hab fünf. Achso, okay oder so. Ah, du hast keinen Lapis Lazuli mehr dabei, ne? Ja. Ich hab gar keinen Lapis Lazuli abgebaut. Ah. Warum? Mir fehlen genau zwei Stück, dass ich noch einen... ...Lock daraus machen könnte. Achso. Achso, äh... Dann hab ich schon nochmal... Ja. Wo bist du? Ich bin hier. Ja. Ich kann doch was auf Sonnenwege sagen. Ja. Achso. Alter, die machen das, die Felder echt schnell neu, ne? Ja, deswegen, ja. Was denkst du, was wollen wir jetzt machen? Wir nehmen zwei Stunden schon auf. Also, ich möchte gleich auch noch ein bisschen COD zocken. Ja. Also, sollte sagen, was ich ganz ehrlich denke? Ich würde sagen, wir gehen zurück, gehen sonst zu dir, weil... Ich glaube, das gibt hier auch mehr dran. So ist es ja jetzt nicht. Äh... Warte, ich geh erstmal eben zu dir. Ich will dir das hier auch richtig sagen. Und, ähm... Hallo? Kannst du aber stehen? Und, äh... Dann würde ich sagen, verzaubern wir vielleicht schon. Ja, kann man machen. Ich muss nur eben auf meine Gold machen. Auf meine Eisen machen hier warten. Und, ähm... Das kann man ein bisschen ballern. Okay. Darf ich mir ein bisschen rausnehmen? Ach. Verschuldigung. Kannst du hier aus den oberen das rausnehmen? Weißt du nicht? Oh, was hast du hier? Aus den oberen das rausnehmen? Ah, was hast du mit dir? Ah, was hast du hier? Ach, was hast du denn mit dir? aber wir waren doch auch schon mal bei dir dann haben wir auch schon sattel gefunden wenn wir zwei haben sag ich mal dann wäre es ja geil weil dann hätte jeder einen sattel und jeder könnte sich ein pferd holen müssen wir halt nur welche finden so ist es ja nicht aber eigentlich müssten hier mal welche sein also das heißt müssen aber in der nähe von dörfern sind eigentlich immer irgendwie pferde in der nähe von dörfern sind immer höhen was weiß ich hallo wir waren hier drunter kann man jetzt sagen und da waren ja schächte guck mal wo ich hin guck genau da da ist deine wohnung da in diese richtung und es wird wieder dunkel zum glück ganz ehrlich da bin ich froh hier bei dem brot zum glück sind sie hier nicht ja genau man sollte sagen warum weil dann hätten wir uns jetzt mit endermann rumschlagen kann und das ist das ja also habe ich zumindest gelesen und meine ich gehört zu haben das kann ich mal eben kurz ab das heißt jetzt ganz dumm schön bisschen hier die zuschauer unterhalten ja 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 Musik Oh, 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 oh. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe nicht geschleimt. Okay, wir sind in der Hälfte. Das ist doch noch so. Hm. 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 Ist mittlerweile wieder Tag? Immer.